Ich habe ein bisschen Pause gemacht zwischendurch, was auch nicht weiter schlagisch ist, glaube ich. Wir versuchen das noch einmal. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Hier kann man nicht weiter leider. Also geht es weiter. Ich laufe erstmal hier hoch. Schauen wir mal. Hier ist der Weg. Warum kann ich nicht darüber gehen? Ich glaube da nicht. So. Gehen wir weiter. Machen wir mal zurück. Ich habe etwas falsch gemacht, ich weiß es nicht. Mal schauen. Da kann ich nichts machen. So, gehen wir zu den großen Zügen zurück. Machen wir das ganz speske noch mal von vorne. So Mist. Was muss ich ja falsch gemacht haben. Deswegen. Ich habe jetzt hier reingemacht, aber es ist aber nicht hoch gestiegen. Ich weiß nicht warum. Das ist mein Problem. So. Wir gehen jetzt hier rum. Dann gehen wir da rum. Dann gehen wir deswegen auch woanders rum. So. Jetzt kannst du das speske noch mal machen, weil so viel Spaß macht. So. Wir brauchen immer noch Benzin. Benzin ist nicht voll. Ich weiß nicht warum. So. Erstmal hier. Erstmal. Schalten wir das mal rein. Hallo. So. 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 Das ist hier richtig. Jetzt müssten wir da machen was leer und da machen was. So. Wie voll haben wir es denn hier? Komplett leer. Hey. Ich hatte es eben doch schon mal voll gehabt. Hm. Gehen wir nochmal zurück und tun nochmal. 10 einpumpen. Noch einmal. Auf zu tanken. Wir tanken. Das war gar kein Eisen. Wir haben noch Eisen für meine Töne. Auch gut. So. Heisen. Heisen. Österreichfen. Was glaublingt raus? nach oben das nicht klappt. Ich höre das Wasser laufen. Wie schnell ist das Wasser? Da kommt auch schon. Ist es voll? Ist es nicht voll? Wer weiß? Da kommt schon. Ey. So. Nochmal. Das saugt doch voll. Hab ich immer schon gemacht. Das gleiche. Ja komm schon. Ok. Das ist Heizklappen. Hoffen wir es das bringt. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Schauen wir einfach. So der läuft. Ich hoffe der geht gleich wieder aus. Halt erstmal hier Strom. Weil ist ja jetzt... Ach grün. Ja ich doch. Ja es ist alles mit Strom versorgt. Schön. Was hab ich jetzt davon? Keine Ahnung. Da ist ein Boot. Warum ist da ein Boot? Da gehts nicht her. Da gehts nicht her. Was ist denn weg? Ja was ist Strom? Das ist nicht weiterkommen eigentlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. ob das alles richtig ist. Aber ich weiß nicht. Ja ich weiß nicht. Das ist nicht ein paar da. Ok, das machen wir mal zu. So, lasst mal weiter hier. Strom ist eingestellt, ne. Da oben. Na, schauen. Ja, bitte. Okay. Was ist das Licht an hier? Nice. Ich mache noch weiter mit der Feder. Okay. 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 Nee, noch nie gemacht. Das erste Mal. Jetzt geht es weiter. Auf den Licht. Jetzt geht es weiter. Auf den Licht. Okay. Jetzt geht es weiter. Okay. Es wird wieder ein Licht. Jetzt geht es weiter. Vielen Dank. 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 Ich will nicht der Einzige gewesen sein, ey. Okay. Ich vermute... Ich will nicht... Das ist doof... Ich will nicht... Okay... Ich will nicht... So... Ich will nicht... Ich will... Ich will nicht... 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 Ich will... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will... Ich will nicht... Ich will... 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 Ich... Ich will... Ich will... Nix, ne? Puh, da muss ich nicht fliegen, weiß ich ja was. Schade kann. Hm, interessant. Hier hängt haugische Haken rum. Warum kann ich hier rüber gehen? Der Strahl ist ja ok soweit. Ich muss mal gucken, den anderen Strahl ich glaube ich lenke. Oder den blauen Strahl verstärken, wie wär's denn damit? Den blauen Strahl verstärken, indem ich hier ein bisschen weiter drehe. So. Von lauter Strahlen sehe ich nicht, wo er hingeht. So, jetzt mal warte mal so. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, ne? Gute Frage, nächste Frage, aber jetzt das Nächstes. Ganz die letzte Zeit, das war Strahlenwort. Ich frage mich. Und der, es gibt da einen zweiten irgendwo da und dann wieder der irgendwo irgendwie. Ja, hier ist das Ende. Direkt will rechtlich winnen, glaube ich. Ja, Leute, der geht da nicht. Also, ist er hier falsch. Er bringt ja nix. So. Wo geht's jetzt hin? Da bringt's mir auch nix. Da gibt's doch was zu lesen, wenn ich nachher noch rumgegucken. Ich hab grad was gesehen, vielleicht gibt's da einen Code. Wer weiß. Was machen? Oh, er blendet mich. So, jetzt gucken wir mal, was hier alles rumliegt. Irgendwelche Sachen liegen hier rum, die ich nicht schorten kann. Hm, gute Frage, nächste Frage, was kann das alles sein hier für ein Gramm, ey. Videoplayer, Videokassette, Videoplayer, äh, so. Kassettenspieler, also, äh, Video. Viele von euch kenne das nicht mehr, schätze ich mal, wie das Teil hier. Da hat es aber, da war ja ein Videokassett draufgespielt. Aber hier kann ich nichts damit anfangen. So. Ähm, jetzt geht der Strahl nach da vorne, warum? Ob der da was bringt? Oh, ich seh nix hier, ey. Oh, der Lens Flair. Kann er durchbauen sich? Das geht nicht. Nächster Versuch. Noch ein Stück weiter. Der Strahl ist nicht gefährlich, der tut mir nix, das ist ein Vorteil. Der Rote möchte ich nicht sehen, ob ich da reinlaufen würde, ob ich das überleben würde. Aber deswegen... Mal gucken, hä? Ach, wieder aus, erstmal. Ach, brumm, brumm. So, nur einschalten. Ist der da hinten, ne? Da bringt's mir aber auch nix. Heißt, wir gehen wieder zurück und noch ein bisschen weiter drehen. Es ist echt doof, weil ich weiß nicht, wie ich es stellen muss, damit es Husten nicht hat. Oh Gott, jetzt mal was schalten hier. Boah, ich war auf die Augen, ey. So, wo geht der jetzt hin? Ich wundere, ich wundere gerade ein paar Sachen aus hier. Nicht wundern darüber. So, wo geht der Stauber? Da unten hin oder so. Da unten bringt mir der Strahle aber auch nix. Komm, 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 komm. So, wo geht der Stauber? Ich muss das Ganze ausmachen. Oh, wie sich das Ganze fällt auf die Schiebung an. Keine Ahnung, weil die Zeitreihe sind. Keine Ahnung, was hier ist. Und ausschalten. Da liegt doch ein Zettel. Oh, wie sich verscheuert. Da ist ein Grundschalter. Warum ist der da? Da ist auch, wie der Angrot drauf steht hier. Bitte ändere zur Sicherung des Kellers den Code für Farley Schloss es sollte für reichend ihr Adresse rückwärts zu schreiben Adresse rückwärts zu schreiben ok also es heißt der Code ist rückwärts die Kamera habe ich auch mitnehmen auf kommt da wäre sie gemacht die Adresse rückwärts ich kann die Kamera haben ok Adresse rückwärts gut Adresse rückwärts zu schreiben brauche ich mal kurz was und ich rückwärts Anschrift. So, dann haben wir ja wieder einen kleinen Tipp gekriegt. Nur wiederkommen. Von unten an unten rein. Weiß ich doch nicht, aber machen wir einfach mal. So. So, mal hier gucken. Ich frage mich aber, wozu der Knopf hier da ist. So. So.